Liebe Peter von Österreich betet, ich darf euch wieder ein paar Gedanken mitteilen. Am kommenden Mittwoch ist der Gedenktag das Fest des heiligen Augustinus. Er ist ein ganz großer Kirchenlehrer. Von den Schätzen seiner Aussagen, das was er geschrieben hat, kann die Kirche immer noch zehren. Ich möchte heute über einen Spruch nachdenken. Ich habe das damals auf mein Primizbild geschrieben. Unruhig ist mein Herz, bis es ruht in dir, also bis es ruht in Gott. Und der Satz davor lautet, auf dich hin, also auf Gott hin, sind wir geschaffen. Jetzt könnte man fragen, ist denn die Unruhe etwas Gutes, ein unruhiges Herz? Es ist da vielleicht wichtig, dass wir unterscheiden zwischen einer heiligen Unruhe und einer anderen Unruhe, die eher eine Rastlosigkeit meint und einen anderen Grund hat. Der heilige Augustinus hat sich bekehrt. Er hat sozusagen Feuer gefangen. Er hat immer klarer Gott vor sich gehabt, das Ziel des Lebens, den Himmel. Und er hat gleichzeitig gespürt, dass ihn innerlich noch etwas davon trennt, dass er eben ein sündiger Mensch ist und so weiter, dass es vieles im Leben zum Aufarbeiten gibt. Aber er hatte diese tiefe Sehnsucht in sich und diese heilige Unruhe hat ihn sozusagen angepackt. Und er hat aus dieser heiligen Unruhe heraus, hat er versucht, den Glauben zu leben, zu lieben, hat er geschrieben, ist er als Bischof für die Menschen da gewesen und hat sich um alles gekümmert. Aber immer eben Blick auf die ewige Vollendung. Er hat sich gesehnt nach dem Himmel. Und diese heilige Unruhe hat ihn wirklich motiviert, ihm dieses innere Feuer gegeben. Man könnte von der heiligen Unruhe eine andere Unruhe unterscheiden, die heute auch oft gegenwärtig ist. Eine Rastlosigkeit, eine Betriebssamkeit. Menschen bedäuben sich mit verschiedenen Tätigkeiten bis hin zu Suchtgiften und so weiter. Und das ist eine Unruhe, die kommt eher davon, dass der Mensch nicht auf Gott zugeht, sondern davonläuft. Dass der Mensch einen Bogen macht um Gott und dass er letztlich auch von sich selber davonläuft. Der Mensch will Gefühle haben, er sucht aber, er sucht einen falschen Platz, er will durch Genießen, durch dieses oder jenes, möchte er sozusagen das Leben ergreifen und in Wirklichkeit läuft er geradezu davon. Und dann gibt es natürlich in diesem Leben auch schon eine heilige Ruhe zum Teil. Das ist sozusagen ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit, wenn der Mensch sich mit Gott verbindet, wenn der Mensch in Gott ist, wenn der Mensch das Ziel klar vor Augen hat, dann wird er einerseits angetrieben, diesen Weg zu gehen. Und gleichzeitig hat er schon einen Vorgeschmack. Er ist irgendwie bei sich, er ruht in sich. Während der Mensch, der das Glück woanders sucht, eben diese falsche Unruhe hat. Und es gibt auch im Leben eine andere Ruhe, die nicht von Gott ist. Das ist eine Art von Gleichgültigkeit, eine Sattheit, eine falsche Zufriedenheit, wenn der Mensch sozusagen im Materiellen eingelohnt ist. Aber diese Ruhe ist natürlich nicht von Tauer. Wenn wir beten, das ist ganz, ganz wichtig, dann wird in uns die heilige Unruhe wach. Und gleichzeitig können wir auch im Gebet etwas schon erfahren, einen Vorgeschmack von der ewigen Ruhe in Gott, das eigentlich ein Zustand der Aktivität, der Fülle ist. Deswegen ist das Gebet ganz, ganz wichtig. Das Gebet richtet uns auch aus auf Gott, auf unser Ziel. Und zugleich ist Gott in der Gegenwart schon da. Und dazu können wir als Beter diese heilige Ruhe ausstrahlen, den Vorgeschmack auf die Ewigkeit, und zugleich auch die heilige Unruhe ausdrücken, und sozusagen auch in die Öffentlichkeit bringen, andere Menschen sozusagen auch anzuregen für diesen Weg. Mit diesen Gedanken möchte ich euch herzlich grüßen und ermutigen. Bleibt beim Gebet, es ist ganz wichtig, diese Grundentscheidung, am Mittwoch bin ich einfach da. Das ist eine Regelmäßigkeit und das ist jeder Mittwoch eine wichtige Station auf dem Weg zu Gott und zugleich ein Innehalten schon bei ihm. In diesem Sinne grüße ich euch und wünsche euch Gottes Segen. Ich danke.